So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einer kleinen geheimen Mission, die kam bei mir eben auch erst das erste Mal vor, nämlich, wartet, auf jeden Fall S-Bananen ist nämlich auch hier der richtige Wort, dann, wo ist es, Verkleidung tragen. Wir müssen 25 Mal eine Verkleidung tragen und bekommen dafür 12.500 XP, das Ganze stapelt sich natürlich wieder nach oben, dann müssen wir uns 50 Mal verkleiden, 100 Mal verkleiden, aber ist eigentlich ziemlich simpel, deshalb halte das auf jeden Fall auf dem Schirm, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir uns mehr verkleiden können, das wäre nämlich dann, es geht. Ach Gott, dann ist es ja ganz simpel. Ach, hier ist es. Ist natürlich klar, eine Goldgeschichte, aber ich denke mal, genug Barren werden die meisten inzwischen haben, ist natürlich jetzt sehr interessant. Oh nein, habe ich schon aus Versehen angegriffen? Ah, statt schon. Also, ihr könnt das quasi immer wieder wiederholen, ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr es halt nicht übertreibt, weil ich weiß halt noch nicht genau, wie hoch das geht, aber wir wissen ja immer, im Prinzip hat jede Aufgabe insgesamt 5 Phasen und so können wir das Ganze natürlich, ich mache das jetzt bitte einfach kein Gold mehr ab, gucken einfach, ob wir dann die Aufgabe wieder drin haben, dann kann ich euch die nächste Zone schon sagen, ey, greif mich ja nicht an, Busch Ranger. Und wenn ich euch damit schon helfen konnte, natürlich gerne ein Like da lassen, wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne noch ein Abo da raushauen, denn ich gucke halt wirklich, wie ihr am schnellsten leveln könnt, ihr seht, ich bin jetzt Level 95, hab mir nicht ein Level gekauft, worauf ich auch in Anführungszeichen ein bisschen stolz bin, ist natürlich aber auch Quint ohne Ende, denn ihr seht selber an den normalen Aufgaben, man wird wahnsinnig. Also man spielt halt Gruppenkeile, 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 Tagesaufgaben machen, normale Aufgaben machen und dann klappt das Ganze eigentlich schon. Wir haben jetzt Ostermontag, ich hoffe, da ich heute noch die Level hinkriege, warte mal, benutze ein Lagerpreis, da kann man sich natürlich auch wieder Gold holen. So, habe ich noch Gold, ich glaube, das war's. So, gerade mal gucken, dann kommt die Aufgabe nochmal vor. Bam, 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 zerstöre Steine, Pistole, Waffen, Distanz. Das heißt, ich muss jetzt wieder 750 Gold tragen und 750 Barren mir sammeln und dann kriege ich schon wieder 12.500 XP und ihr seht ja, wirklich viel müsst ihr nicht machen, außer natürlich Barren sammeln ohne Ende. Und ich hoffe, wie gesagt, ich konnte jedem dabei ein wenig weiterhelfen und in dem Sinne euch noch einen schönen Ostermontag und haut rein.